Hallo, Thomas hier. Bio-Bergbauer, Metzger und Fleischsommelier. Zusammen mit meiner Familie habe ich es mir zur Lebensaufgabe gemacht, auf 1100 Meter im Südschwarzwald auf dem Schauensland Bio-Bergweite-Rindfleisch von höchster Qualität anzubieten und dabei im Einklang mit der Natur und Tier zu sein. Für uns geht das nur mit Fleischrinderzucht in Mutterkuhhaltung und ausschließlicher Grasfütterung. Als gelernter Metzger bin ich nicht nur der Landwirt, sondern kümmere mich auch persönlich ums Fleisch. Die Wertschätzung unserer Rinder steht dabei an oberster Stelle. Meine Frau unterstützt mich in der Vermarktung und kümmert sich mit herzlicher Gastlichkeit um unsere Landvergnügen und Feriengäste, um ihnen eine wundervolle Auszeit im Schwarzwald zu ermöglichen. Wir würden uns riesig freuen, wenn wir eure Stimme für den KUKU320 bekommen.